Ok Leute, wir haben schon eine Challenge gemacht heute, bei denen auch. Schreibt uns vorbei. Bei mir kommen wahrscheinlich zwei Videos heute. Wir müssen mal schauen, wann dieser Online kommt, wann die Kräfte schießen. Fünf Schüsse und ja, los geht's. Auch hier im Hintergrund hört einfach nichts. Ja. Das sind zwei Opfer. Ok, Luca schießt jetzt. Jeder hat fünf Versuche. Oh, der war, ok, jetzt kommt der nächste Schuss. Ok, jetzt kommt der zweite Schuss von Luca. Oh, Pfosten, der war knapp. Ok, jetzt kommt der nächste Schuss von Luca. Ok, Etty hat ihn gehalten, Keeper. Ok, der vierte Schuss von Luca. Das kennt er nicht, glaube ich. Nein, nein, ich versuche jetzt etwas. Ich versuche jetzt etwas, bitte nicht auslachen. Ich versuche mit links, bitte nicht auslachen. So ein Vollidiot. Und dann sucht er die Ausrede. Ich habe mit links geschossen. Nein, ich habe mit links geschossen. Jetzt kommt der letzte Schuss von Luca. Und ich war sechs Monate verletzt. Danach schießt Anthony. Mann! Okay, Leute. Erster Schuss von Anthony. Mann! Erster Schuss von Anthony. Was hast du gerade gesagt, Luca? 1-2! Okay, der zweite Schuss von Anthony. Okay, jetzt kommt der dritte Schuss. Okay, nächster Schuss von Anthony. Der dritte Schuss. Okay, der ging richtig. Scheiße. Wir sehen uns beim nächsten Schuss. Okay, jetzt der vierte Schuss von Anthony. Okay, jetzt kommt der letzte Schuss von Anthony. Danach schießt ich. Oh mein Gott. Okay, jetzt schießt ich, Leute. Okay, er fasst mein erster Schuss. Und der geht nicht rein. Schau, Fahrt zu Elfmeters. Da ist immer in die Mitte schießen. Also wundert euch nicht. Einst du nicht? Viere 한st du im Kanal die Challenge gewonnen, bitch. Warte, er hat Joppenho. Er hat Joppenho. Warte, er war Joppenho. Warte, ich bin in die Mitte. Ich bin hier rein. Der dritte Schuss von Fatos. Okay, der vierte Schuss von Fatos. Nein, ich wollte ihn doch nicht. Schauer, schau einmal mit. Ok, der letzte Schuss von Fathos. Nein! Fathbolzer! Nein! Halt! 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 Luca machen jetzt Stechen und Fathos geht ins Tor. Ok, der Schuss von Anthony, Luca und Anthony machen jetzt Stechen. Nein! 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 Ok, jetzt kommt Luca. Wenn ich gewinne, habe ich die Challenge gewonnen. Ja. Ja! Ok, der nächste Schuss von Anthony. Ok, Jungs, nur für euch. Oh! Ich mache Torwart Karriere. Ok, jetzt kommt der Schuss von Luca. Das, was er gerade gesagt hat, hat er einfach keinen gejuckt. Keiner hat davon gefragt. Ok, der nächste Schuss von Anthony. Bro! Ok, der nächste Schuss von Luca. Nein! Der war Kräuter! Ja, ok. Ok, der nächste Schuss von Anthony. Es ist so spannend. Ich schwör. Ist echt so. Vergiss Champions-League-Finale. Ja! Oh, der war! Wenn Luca nicht trifft, dann kriegen ich und Luca Arschbolzer. Wenn Luca es nicht schafft zu treffen, dann ist es vorbei. Oh! Oh! Oh, jetzt wird es spannend. Ok, der Schuss von Anthony. Ey, das ist spannender als Champions-League-Finale. Oh! Ok, der nächste Schuss von Luca jetzt. Ok, jetzt der Schuss von Luca. Bitte treffen. Wenn er trifft, hat er gewonnen. Ja! Du wolltest sagen, bitte treffen! Dann hätte er nur dich abgeschossen. Halt's mal! Nächster Schuss von Luca. Äh, Anthony. Sorry. Ah! Ja, Mann! Ok, jetzt. Wenn Luca trifft, dann ist es soweit. Dann kriegen wir beide eine Bestrafung. Wird Luca jetzt treffen? Wird Luca treffen? Ja! Ok, Anthony hat gewonnen. Wir sind jetzt bei der Bestrafung. Oh! Ok! Los geht's! Los geht's! Los geht's! Los geht's! Ey, ey! Oh mein Gott! Hast du dich getroffen? Nein, geh! Nein! Ey! Jungs, noch einmal darf ich noch! Alter! Ey, ich will nicht sterben! Bitte! Bitte! Oh, Jan! Oh, Jungs! Die, das war so weh! Boah, hat sie getroffen! Ok, Jungs! Bis gleich! Bis gleich! Ich habe gewonnen. Danke an FIFA Kings, dass ich mitgemacht habe. Ich bin immer da. Wer mir Geld gibt, ich komme immer. Schaut auf dem Kanal vorbei. Es sind auch geile Videos. FIFA, Real Life, Fußball, alles mögliche. Kommentiert, lasst ein Like da und bis zum nächsten Mal.